Servus Leute, heute spielen wir MTC Ich weiß, ja Ihr kennt das wahrscheinlich schon recht bis ich oft gespielt hab Aber es gab dann Update Neue Panzer, neue BB2 und so weiter Wir rüsten uns mal schnell raus Zu viel oder? AK-12 ist neu Ja, es ist so viel neu Das kann ich jetzt nicht einmal suchen Leute, es kommt ein bisschen Sniper Komm schon Okay, warte, was ist da? Die RPG ist so Und wo ist die andere Ecke? Das ist Ich Das ist Das Sie sind Die Gattel Sie können Sie können Das will ich jetzt nehmen. Was ist das? Freiton? Den nehmen wir... ...und sekundär... ...nehmen wir auch... So, wir richten uns das kurz an. Dafür bin ich halt zu Snapper, okay? Okay? Wir gucken uns jetzt genau so kurz an, was vielleicht... ...was ich... ...ich weiß nicht, was er... ...der guck ich... ...der... ...der... ...no... ...ist nur... ...heil... ...das sind so viele neue... ...che... ...nehmen wir... ...den... ...den... ...wir sind in der... ...wüste... ...äßen... ...der... ... 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 Ich bin süß. Bist du feindlich? Are you feindlich? No? Okay. Du darfst aber trotzdem nicht einsteigen. Nein, du gemeine Wiese. Ich weiß nicht. Warum? Uff! Digga, welch hier trinkst du mein Ding ab? Das macht man doch nicht. Ah, Karma kassiert. Ich glaube eher, was ich Karma kassiert habe. Der kann man nicht. Ich weiß, wie es sowas abiert habe. Ich bin ein Wunderbarger, dass ich sowas abgeschüttet, zu, dass ich sowas, immer dann mehr so aus. Denn das ist ein Wunderbarger. Beidee ich also zu dem Wunderbarger. Ich bin kein Wunderbarger. Ich bin ein Wunderbarger. Untertitelung des ZDF, 2020 Schnee 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 Und ich will wirklich nicht sagen, aber... Rehwaffen ist reinvoll. Hmm-m poseride, noch einmal ... A-m-m, so, was dem, mein Städ到 dem Stream ... Fugluss! Ehm, die sich ja keine aquela! da der künstler muss ich frage mich immer wie viel so wie viel kostet jetzt kann mir das irgendein wie geta... kann mir das irgendwie verantworten oder kennt sich da irgendwer aus ich will das mal wissen also ich kann googeln aber da eher... das ist vom grünen russ das ist vom grünen Team scheiße ja ich will ich will ich will doch einfach nur normal fahren ich nehme den, der sieht zick aus ukraine 2 ich will mich jetzt nicht über die ukraine lustig machen ne du kannst nicht einsteigen lieber her du kannst nicht ich will nur.... ich muss dir die schick schickern die greift ich will du kannst nja du kannst du kannst Oh Oh Ja, wir sind das erste Team. Ja, das erste Team. Also wir sind jetzt so... Ich weiß nicht, aber... Ihr wisst sehr, was wir sagen. Wir sind österreichisch? Nein. Wurde gerade auf meinen wunderschönen Bronzer geschossen. Digga, jetzt brenn! Digga, wieso immer mich? Ja, das spielt in Frankfurt. Ich glaube nicht, dass das in Frankfurt spielt. Digga. Krise, der ist ja voll geil. Nicht... Digga... Ja... Meine... Krack... Ich wusste... Wer... Ja, die geht mal wieder von Russland. Kommt da weg. Aufnahme, Löffnen! Das wird immer gut! Der wird nehmen... das Gebiet ein... Wieso... Ich wollte ein anderes Spiel aufnehmen... Ähm... Aber dann kam auf den so... Ein Meldung. Die war Aufnahmen läuft nun mal. So, von ihren Zähnen werden wir wieder eingeschossen. Wieso nicht der? Der ist so ein Saum. Ich geh da jetzt mit nur so einem Quot hin. Oder was denn so ein Scheißgerät da ist. Oder ich mach Plotifikt Saum. Ja, so, da fahre ich los. Jetzt sind wir wieder zu dumm. Nein, das ist so ein Dopp. Ich weiß nicht. Oh, das ist scheiß Motorrad oder Moped. Das ist vom zweiten Weltkrieg. Das braucht keiner mehr. Ich will noch was. Das ist schon alt. Das will ich nicht mehr. Die sollen seine neue Motorräder Dienste leisten. Kaffen. Den Schewatz. Österreich, ja. Und so, oder. Aber ich kann später neu fahren. Das ist scheiß kurzen. Hier, wo ist der Bier? Scheiß nicht, du Aradu. Aber wo es sein sollst. Ich mach den nicht. Das ist scheiß. Das ist scheiß. Nicht so, ich mach den nicht. Erreiche. Die sind auch so cool, oder? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Den will ich aber ganz sinnig machen. Wenn der nicht ganz sinnig ist, dann bringt es ja nichts. Digger, nachladen. Noch laden an die Panzerrageten. Keiner braucht einen Kack an die Panzerrageten. So, jetzt. Du willst mir sagen, dass ich gar nicht mehr so bin. Was bist du für ein Scheißgerät? Das müssen wir auch haben, oder was? Ja, was kommt denn das Kreatum? Ich bin jetzt... Der kommt da noch. Scheiß Panzer. Der kommt da noch. Der kommt da noch. Der kommt da noch. Der kommt da noch an. Dessenklui. Das ist einfach. Dessenklui. 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 Das war's. Ja, die ich zu ja überlebe, ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe. Ich nehme jetzt nur noch, ich will nur wissen, dass das, ob der schießen kann, mich so billig nicht wieder erschert, ich glaube nicht, also, ich will auch versuchen. Ja, gut, also, erstmal wechsle ich, das ist jetzt nicht viel. Okay, dann nehme ich noch ein bisschen, okay, den nehme ich mal wieder, so, dann statt den nehmen wir, die M9 ist, glaube ich, ein gutes Stück, geil, ja, die ist ja schön. Die ist nicht schön, die ist nur hässlich, die ist einfach nur schön. So, jetzt steckt Kanana aus. Ordentlich, ich weiß nicht, ob der jetzt für Menschen ist. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Oh, let's see. Oh, let's see. Ich weiß aber nicht, was der Panzer bringen soll. Menschen transportieren oder was? Der hat dieser... ...bisschen mit Arm. Wir nehmen jetzt auf jeden Panzer. Wir nehmen jetzt... Der hat was. Den nehmen wir. Wir sehen, wie diesen Hoppen. Der ist so schön. Boah, schöner Leopard. Ich liebe den. So. So. Wir haben ein bisschen keine Moops. So. Irgendwann. Der müsste mich verraschen. So. So. Ein schöner Leopard. Oh, also das ist ein bisschen äh, finde ich, äh, eingeblieben sein können. Aber sonst ist das doch schön, oder? Aber ich finde es halt gut, da muss ich sehen, ob das Rot und Rot... Wie auffällig ist es bitte Rot. Das Rot. Wie kann man? Das ist doch nicht verurscht. Dann nehmen wir den schönen. 8,24 Sekunden ist halt was. Ich guck mal schnell, dass wir noch irgendwie die Türen machen. Okay, Niederlage war klar. Aber ich beendet jetzt auch mal ein Video, gell? Okay, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch kein Like oder Abo da gelassen habt, dann macht das bitte jetzt. Und tschau mit. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe.